Jeden Tag wache ich mit dem Wissen auf, dass je mehr Menschen ich zu retten versuche, ich mir umso mehr Feinde mache. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich einem begegne, dessen Power ich nicht gewachsen bin. Entschuldige meine Verspätung. Vollkrosser Verkehrsstau. Hatte dein Stau irgendwas damit zu tun, dass, keine Ahnung, mit Maschinengewehren auf dich geschossen wurde? Ja, ja, genau das wollte ich damit sagen. Das meinte ich. Peter Parker. Harry Osborn. Das wird dich interessieren. Oscorp hat dich observieren lassen. Wieso? Genau, das ist die Frage des Tages. Du verheimlichst mir was, Tante May. Du weißt doch, Geheimnisse haben ihren Preis. Die Wahrheit aber auch. Mein Name ist Richard Parker. Ich habe entdeckt, wofür Oscorp meine Forschungen benutzen wollte. Ich trage die Verantwortung, die Welt davor zu beschützen, wozu diese Leute fähig sind. Was ist das alles? Die Zukunft. Die Zukunft. Im wahrsten Sinne verändern. Was ist mit Peter? Nicht jeder hat ein Happy End. Das ist mächtiger als du, Peter. Ich habe mich entschieden. Das ist mein Weg. Schon bald weiß jeder in dieser Stadt, wie es ist, in einer Welt zu leben. Ohne Power. Ohne Mitleid. Ohne Spider-Man. What? Ohnein. Ohne000. Ohne kek- Ohnein. Ohnein. Ohnein.